Moin Leute, was geht da? Heute springen wir wieder Minecraft mit Branding. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir starten direkt wieder rein. Wir haben gestern ja hier beim Bau der Brücke aufgehört. Die Brücke sieht jetzt so aus, die werde ich noch später mal verbessern mit Geländer und so außen dran. So sieht sie erstmal aus. Und gestern haben wir noch hier einen Kegel, noch ein kleines. So, wir können erstmal, würde ich sagen, die Kühe fortpflanzen. Und es ist auch ein Zuckerrohr fertig. Das pflanzen wir hier auch an. Und wir bauen jetzt erstmal hier die Bäume ab. Ich würde sagen, das reicht erstmal. Wir haben 34 Eichen. So Leute, wir haben ja gestern noch eine riesengroße Höhle gefunden. Und da gehen wir jetzt mal zusammen hin. Oh, Skelett. Ich mache einen Trick. Die sollen hier rein droppen, kommt. Ich schlaue Mensch, ich habe mein Schild oben vergessen. Ich gucke mal, wie wir jetzt denken. Wir müssen da durchrennen, auf jeden Fall. Der hat Goldrüstung an oder so, ne? Der hat Goldrüstung an. Ist es ein Villager? Ne. Doch ist es, glaube ich. Let's go, vielleicht werden wir diese Folge full Eisen. Das wird auf jeden Fall der Titel sein, würde ich sagen. Wie wir full Eisen werden. Wir gehen hier mal als erstes lang. Wie sieht es interessant aus. Oh, noch mehr Eisen. Let's go. Wir haben schon sehr viel Eichen gefunden. Das sind schon acht Eisen. Let's go. Acht Eisen haben wir schon gefunden. Das ist nice. Oh, Kohle. Auch noch. Let's go. Aber mehr ist es hier erstmal nicht. Wir gehen mal jetzt in einen anderen Gang. Oh, hier ist ein Zombie. Oh, geht weg. Oh mein Gott. Ja, gewonnen wir haben es. Das ist ein Zombie. Da ist ein Zombie. Die Maschine, easy. Vielleicht ist es easy, clap. Creeper ist dann schon schwieriger. Aber ich clap den jetzt weg, schnell. Crit. Let's go. Alter, Eisen for Days haben wir, oh mein fucking, äh, ich meine, oh mein Gott, alter. Eisen for Days. Guck mal her. Wir haben 32 Eisen. 33. Wir haben einfach immer schon einen halben Stack. Alter, noch mehr Eisen. Und jetzt kommt eine Timelapse, wie wir 64 Rohes Eisen brennen. Let's go. Das war's mit dem Video. Wir haben jetzt full Eisen equip. Und ich fand's war ein spannendes Höhlenabenteuer. Und ich will dann sagen, ciao. Und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Ciao. Leute.